Andere Menschen stärken? Eigentlich ganz einfach. Wir stärken oder anders gesagt, wir schwächen andere Menschen, wenn wir ihnen, ohne dass es sein müsste, dauerhaft die Krücke herhalten. Das heißt, wenn wir sie dauerhaft unterstützen, ohne dass es sein müsste, ohne dass es notwendig wäre, dauerhaft Hilfe anzubieten. Wir stärken andere Menschen, wenn wir sie erinnern, sie motivieren, ihnen die Verantwortung selber in die Hand geben, ihr eigenes Ding zu machen. Somit stärken wir andere Menschen ganz automatisch.